Hi Leute, Herzlich Willkommen in der nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Ground Control 2. In der letzten Folge habe ich einen kleinen Angriffstrupp gebildet bzw. zusammengeschlossen und eine gegnerische Landeposition angegriffen und eingenommen. Und jetzt geht es weiter zur nächsten Landeposition und somit den Nachschub von den Gegnern zu eliminieren oder wie auch immer zu stoppen. Hier kann schon wieder ein Gegner, okay. Hier war die Landeposition die ich eingenommen habe. Die habe ich mit ein paar Scharfschützen, Panzer, Raketen-Terratönen, ein paar Technikern, Radar und eine mobile einsetzbaren Wächterkanone ausgestattet. Jetzt versuchen die Gegner hier durchzukommen. Hier hinterher. Jawoll, passt. Die Gegner in Reichweite. Okay. Wow. Kommt dann her. Okay. Wir sagen, geht es hier mal weiter. Hier durch den, durch den engen, ähm, nicht durch das enge Tal. Ah, das sind Flugeinheiten? Oh shit. Sir, wir werden beschossen. Okay, wir haben noch, noch eine von der Sorte. Ah, da sind, okay, da sind welche im Wald unterwegs. Volltreffer beim Gegner bestätigen. Scheiße. Jawoll, Sir. Klar ist klar. Wir werden angegriffen. Sie sind überall. Wir werden beschossen. 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 Paket abgeliefert. Ziel ausgeschaltet. Okay, die kommt nicht weit. Verstanden. Wir geben uns zur Basis zurück. Wir stellen sich daher. Jawoll, Sir. Klar ist klar. Ah, die mobile Wächterkanone schießt die auch ab. Geil. So gehört sich das. Ja, okay. Der wird nicht zu weit weg. Der wird volle Scharfschützen eliminiert. Können wir ignorieren. Und dann geht es erstmal hier weiter. Schauen wir mal, was hier kommt. Beziehungsweise, ob hier überhaupt noch was kommt. So, alle hier rauf. Überlassen Sie das mir. Das erledige ich, Sir. Ich bin halt mal weg. Erstmal hier rauf. Die lange Position einnehmen. Oh sh**. Gefährlich. Erstmal durchrushen. Wie vorher. Sie sind überall. Okay, äh. Diese waren nicht so gut, hier auf die Landeposition, boah die Raketen-Terror-Dins, ganz schön beschädigt, keine Einheit verloren bis hier, schaut ganz gut aus, so die Einheit ein bisschen komprimieren, hier fahrts mehr vor, hier fahrts auch mal vor, hier steuern sie echt daher alle auf einem Fleck zusammen, reparieren sich auch alle gegenseitig, boah das war sinn der Panzer, sehr schön, hier ist noch einer übrig, okay, heute interessiert mich gerade nicht, Landenschrift zerstören wäre cool, aber ich glaube das wir es nicht schaffen, erstmal, okay, heh, oh das ist sehr stark beschädigt, Landschrift, ah ok, und weg, ich brauche hier ein paar Schaffschutz, nein erstmal die zwei, ah jetzt habe ich schon wieder keine Punkte mehr, oh macht sie ihn kaputt, das gibt es auch nicht, Landeposition gehört gleich mir, die werde ich hier die Schaffschütze reinsetzen, sehr schön, so jetzt habe ich ein Schaffschützenteam, einen, ok einer ist ein bisschen wenig, kurz warten, das steigt bestimmt gleich, ich mache hier mal weiter vor, die Landeposition gehört dann sehe ich schon, ok, hier ist auch nichts los, also noch nicht, aber kommt hier jetzt, ja? Egal, natürlich nicht mal einsetzen, oder? Ja, auf jeden Fall, nein, schicke ich wieder in die falsche Position, oder? Gegner in Reichweite! Was? Was? Was ist das Landeschiff? Kommt das hierher? Ja, scheint es eben tatsächlich, vollkreist aber bei Gegner bestätigt! Sir, wir haben einen! Ah, das war blöd! Verstärkung abgeladen! Ich brauch dich ja gar nicht. Ähm... Okay, ich geh wieder ins Bett. Steigst du hier rein. Du nimmst das mit. Genau, fährst dann hier rüber. Wir auf die Landeposition. Hier geht's weiter vor. Gegner und Reichweite! Sir, wir haben einen! In Deckung! Wir werden beschossen! Man feuert auf uns! Gegner ist hinüber! Bestätigt, Sir! Das erledige ich, Sir! Gegner in Reichweite! Oh! Sie sind überall! In Deckung! Wir werden beschossen! Noch ein Stück Grillfleisch! Das mit Technik, eh? Ah, der ist schon unterwegs, sehr schön. Volltreffer bestätigt! So, nochmal bestätigen. Neue Ziele! Wir haben hier nochmal das Fahrzeug. Ja, auch zweimal wäre cool. Gegner ist hinüber! Ehm... Egal. Eins reicht auch. So, hier bitte die... Fußsoldaten endlich zerstören. Wird's noch. Volltreffer beim Gegner bestätigt! Volltreffer beim Gegner bestätigt! Ah, wie klar. Bestätigt, Sir! Wird's versuchen, Sir! Wir haben eine Siegposition erobert! Sehr schön! Landeschiff in Basis! Jetzt versuchst du dich da her! Du schließt dich da her! Scharfschütze bei jetzt auch! Du gehst da rein! Genau mein Gedanke! Genau mein Gedanke! Sehr schön! So, jetzt bei noch ein anderes Fahrzeug. Und zwar das da! Das hat noch Zeit! Das erledige ich, Sir! Alle hierher! LZ-Vektor berechnet! Sind unterwegs! Ich werde hier die... Position noch einnehmen! Neues Ziel! Entdeckung! Folg mich heraus! Ah, der Flamme wird vertüren! Schütze noch ganz vergessen! Volltreffer beim Gegner bestätigt! Das erledige ich, Sir! Verstanden! Wir geben uns zur Wabe zurück! Wir werden beschossen! Noch ein Stück Grillfleisch! Ui, der eine ist lecker! Ich hab neue Ziele! Wir werden beschossen! Volltreffer beim Gegner bestätigt! Das erledige ich, Sir! Ich hab neue Ziele! Überlassen Sie das mir! Hierher! Volltreffer bestätigt! Ich hab neue Ziele! Du fährst... Du fährst hierher! Alles klar! Alles klar! Volltreffer beim Gegner bestätigt! Nehmen wir die Landeposition ein! So, jetzt werde ich meine... Einheiten gleich ein bisschen verteilen! Du gehst da rein! Du gehst da rein! Wir haben eine Siegposition erobert! Sehr schön! Du gehst... ähm... Da rein! Okay, der ist kaputt! Der da oben ist noch nicht zerstört! Machen wir gleich! Bestätigt, Sir! Feindlicher Angriff! Die wollen meinen Hintern! Die wollen meinen Hintern! Okay, macht Sinn! Erstmal kaputt oben! Bestätigt, Sir! Dann brauche ich zwei Infanteristen! Okay, du stellst sie mal da her! Ja, Sir! Sofort! Du gehst mal hierher! Ja, Sir! Das schaffen wir! Ich nehme alle möglichen Gebäude jetzt ein! Oh, der Reparaturfahrzeug! Ihr Dummen! Ja, Sir! Geht's denn da her? Ja, Sir! Dann repariert's den! Der ist gleich wieder kaputt! Volltreffer bestätigt! Ihr stellt es euch da runter! Bestätigt, Sir! So, jetzt gehören wir gleich alle Gebäude! Dann habe ich die sekundäre Aufgabe auch erledigt! Ja, Sir! Sofort! So, wo ist das Fahrzeug hier? Genau! Genau! Ähm! Huch! Ich habe doch vorher einen hierher geschickt! Ja, Sir! Sofort! Du gehst raus! Und steigst hier ein, bitte! Neues Ziel! Genau, du! In Weckung! Gehst da rein! Genau, die zerstören! Ah, der schon repariert! Sehr schön! Dann haben wir den reparieren! Achtung, Leute! Und den nachher auch reparieren! Ja, Sir! Ja, Sir! Das schaffen wir! Und den kann man dann auch reparieren! Ja, Sir! Sofort! Und den aufhören! Oh! Jetzt sind wir dumm! Hierher bitte! So! Wo ist's? Ist das eingestiegen? Jawoll! Sehr schön! Hm... Bleibt einer zurück! Auf Nummer sicher! Hier! Und zwar... Egal! Alles klar! Gehst daher! Alles klar! Alles klar! Es ist ja so ein Regeln! Dann repariert sie den da! Nee! Nicht reparieren! Einsteigen! So! Das habe ich allein heute, oder? Jawoll! Ist das dann Squad 0! Bitte vorrücken! Besteht sich, Sir! Besteht sich, Sir! Ihr repariert den da! Echt du mein Bestes! Ja, Sir! Sofort! Sehr schön! Habe ja alle wichtigen Gebäude eingenommen, oder? Jawoll! Ups, warum steht der hier? Na egal. Den schicken wir hier rein. Ja, Sir, das schaffe ich. Na, da was zu tun. Der ist auch repariert. Ja, Sir. Den schicken wir da rein. Hier oben passt auch alles. Der hat gleich das zweite Missionsziel auch erfüllt, oder? Retten Sie, äh, nee. Luftabwehr übernehmen. Okay. Ja, okay. Passt, dann habe ich alles, alles eingenommen, was hergeht. Ich hätte gemeint, ich hätte hier Soldaten reingeschickt. Den da rein. Ach, hier ist er. Bisschen langsam, wie? Den dort rein. Dann habe ich alle Luftabwehrgeschütze eingenommen. Perfekt. Und jetzt muss ich mit diesen Einheiten erst mal zurückfahren, um die Mission abzuschließen. Perfekt. Alle Feinde eliminiert. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist mal ein Geleitschutz für das Fahrzeug. Wo ist er? Ach, genau mittendrin. Bericht, dieser Konvoi ist das. So, den muss ich jetzt, ähm, zu der einen Landeposition bringe. Und zwar hierher. Ja, und dann habe ich gewonnen. Ja, die Mission hat eh schon viel zu lange. Alles grün hier auf dem Radar. Cool. Wo ist mein Fahrzeug? Hier ist es. Mit der, wie heißt die? Alice, oder? Ja, kann ich gerade nicht anzeigen, aber ich glaube schon, dass sie Alice heißt, oder? Hm, genau. Alice. So, Squad 0 wieder auswählen. Ihr fahrt es dann hierher, oder? Ja, so irgendwie. Das erledige ich, Sir. So hier. Und du stellst dich dann daher. Jawohl, Sir. Aber das Fahrzeug fährt sogar ein bisschen schneller als die anderen. Dann würde ich sagen, Mission erfolgreich beendet. Machen wir wieder ein bisschen kürzer, diese Folge. Alles klar, Alice. Du bist hier in Kürze raus. Und jetzt zu dieser Dinnerparty. Was immer du willst, Jacob. Ich für meinen Teil halte mein Versprechen. Captain, ich bin schwer von Ihnen enttäuscht. Eigentlich sollten wir die tapfere Rettung von Dr. McNeil durch Ihre Hand feiern. Aber stattdessen muss ich über Ihre Karriere entscheiden. Würde ich nicht auf Ihre Fähigkeiten bauen müssen, kämen Sie vor ein Kriegsgericht. Und ich glaubte, Sie würden die Tradition in dieser Armee hochhalten. Bei allem Respekt, das tue ich. Aber ich konnte nicht zulassen, dass Alice gefoltert wird. Sie bedeutet viel zu viel für unser Überleben. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Operation. Vorläufig wollen wir nicht mehr darüber reden, Captain. Denn ich vertraue darauf, dass dies das erste, aber auch das letzte Mal war, dass Sie gegen einen ausdrücklichen Befehl handeln. Und noch etwas. Falls Sie nicht vor dem Kriegsgericht landen wollen, sprechen Sie mit niemandem über die Sache. Warhurst. Ende. Oh, der ist aber beleidigt. Ja, Mission erfolgreich beendet, würde ich sagen. Und vielleicht sehen wir noch ein paar Perspektiven vom Schlachtfeld, von unseren Einheiten. 80 Fahrzeuge habe ich. Boah, Hammer. Okay, hier ist eine Siegposition, die ich eingenommen habe. Hier war das Gefängnis. Da hinten ist so eine Luftabwehrbatterie. Hier sieht man noch ein paar Einheiten. Ja, egal. Das war's, würde ich sagen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, let's play Ground Control 2. Also macht's uns gut. Bis dann. Ciao.